So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich mal Videos machen kann zu den Level-Ups, zu den einzelnen Leveln, wie mein Account dann aufsteigt. Der Habanero-Account, der Free-to-Play-Account, möchte ich jetzt auch wieder machen. Wir sind im Level 43, wir können ja mal hier aufs Profil gucken. Level 44 Voraussetzungen, so, Aufgaben erledigt alle drei. Das Video wird heißen, Level 44 ohne Sinn und Verstand, denn theoretisch kannst du alles in dem Level boosten, beeinflussen, umgehen. Du musst nichts können, absolut nichts, keine Skills müssen vorhanden sein, es ist nichts Schwieriges dran und das ist ohne Sinn und Verstand. Die Aufgaben waren natürlich, gewinne 10 Kämpfe in der Superliga, gewinne 10 in der Hyperliga, gewinne 10 in der Meisterliga und jetzt fällt mir gerade auf, das waren nicht 10, sondern 30. Also 30 Super, 30 Hyper, 30 Meisterliga. Wer jetzt denkt, er muss in der GBL gegen andere kämpfen und 30 Mal gewinnen und verliert immerzu und verzweifelt an dieser Aufgabe, dem sei gesagt, macht das einfach mit einem A, 2 Account oder B, Freund, Freundin, Mutter, Oma, keine Ahnung, irgendwas, gebt eurem Haustier ein Handy und so. Also ich habe das so gemacht, ich habe da abends einen Film geguckt auf Netflix, habe ich mit einem kleinen Account mir eine Kampfanfrage geschickt in der GBL, habe ein Team schon mal erstellt mit WP-10 Pokémon, drei WP-10er, habe mir eine geschickt, habe die angenommen, zack, 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 waren alle drei tot. Danach gleich auf den Revanche-Button drücken, bei beiden, nächster Kampf, zack, 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 alle drei tot, sind schon zwei Siege. Das machst du 30 Mal, dann wechselst du die Liga auf Hyper, schickst Anfrage, nimmst Anfrage an, zack, 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 alle drei tot, fertig. So wühlst du dich also ohne Sinn und Verstand durch diese drei Aufgaben durch und hast dann noch Kämpfe 20 Mal in der Go-Kampf-Liga, also in der GWL. Da kannst du nicht mit einem Freund kämpfen, da ist die Liga egal, du musst in der GWL sein, aber du musst nur kämpfen, du musst nicht gewinnen. Jetzt könntet ihr mit einem WP-10er Team also in die GWL rein, zack, 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 der Gegner hat euch umgebracht und ihr kriegt einen Fortschritt auf der Aufgabe. Ich bin jetzt bei 15 von 20 und früher auf dem Hauptaccount haben wir ja auch Ramses Minus öfters gemacht, in der Superliga, in der Hyperliga, in der Meisterliga. Ich hatte immer genau die gleichen Teams, mein Ziel war es immer die Top-Lade-TM zu bekommen aus der GWL. Ich habe da immer bis Rang 21 gemacht, weil bis 20 gab es ja keine Punkte. Ich war meistens gut durchschnittlich, sodass ich genügend Punkte hatte, dass ich auf 20 auch alles verlieren konnte und bin trotzdem auf 21 aufgestiegen. Danach ging bei mir auch nichts mehr. Hier sieht es jetzt anders aus, wenn ich mir das mal angucke. Ich bin gerade zwar auf Rang 6, aber habe bei 30 Kämpfen gerade mal zwei Siege, weil ich rein bin mit WP-10, Pokémon, zack, 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 fertig. Also es hat für mich absolut keinen Sinn mehr, GWL zu spielen, sich Mühe zu geben, eine gute Statistik zu haben. Oder an dem Top-Lade-TM, ich bin am Kampftag kurz hier rein, damit ich eine kriege, okay, jetzt habe ich versucht, diese 20 Kämpfe zu simulieren. Ich werde jetzt hier drauf gehen. Wir drücken einmal durch, wir müssen fünf Kämpfe machen. Wir machen zwei in der Superliga, wir machen zwei im Sonnenschein-Cup. Ich habe mir kein Team zusammengestellt. Ich nehme einfach das, was es mir empfiehlt. Mal gucken, ob es immer dasselbe nimmt oder ob da auch was anderes dabei ist. Die Teams sind nicht gepusht. Die Teams haben keine PvP-IV. Die sind nicht möglichst nah dran an 1,5. Da würde bestimmt bei manchen noch was gehen. Die haben keine zweite Ladeattacke. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal eine richtige Sofortattacke. Wir probieren uns trotzdem jetzt hier in fünf Kämpfen aber mal durch, ohne Sinn und Verstand. Was ist denn das, ein Vogel? Feuer, Flug. Er ist sehr effektiv gegen mich. Ich mache aber auch Schaden gegen ihn. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal eine Nitro-Ladung jetzt auf ihn drauf. Also, wer Ramses Minus immer dachte, das ist gar nicht so gut, der wird jetzt sehen, dass Ramses Minus gar nicht so schlecht war im Vergleich zu dem, was wir heute hier machen. Den opfer ich jetzt. Am besten, ich nehme auch keine Schilder. Wind-Schnitt, sehr effektiv. Ja, was nimmt man denn jetzt gegen? Wir nehmen mal das Flunschlick, das macht einen Cut und dann sind wir wieder hier. Feuer gegen Stahl. Ich bin der Boss. Aber Sonnfell ist drin. Wir sind sehr effektiv. Wir haben eine Lichtkanone. Ich weiß nicht mehr, was ich für eine Sofortattacke habe. Taubos kommt. Taubos macht irgendwas. Wir machen jetzt auch irgendwas, nämlich die Lichtkanone, die wir aufgeladen haben. Der wehrt ab. Was soll das? Was kann Taubos denn? Flugattacken. Ist das jetzt schlimm? Ich bin doch Boden. Das dürfte mir doch gar nichts anhaben, oder? Oder was andersrum? Ach, ich weiß nicht. Wärme einfach nicht mal ab. Wir lassen es einfach mal durch. Wir gucken mal, was hier ein Orkan nicht sehr effektiv. Jetzt bitte die Lichtkanone drauf. Der Rest verzweifelt schon. Nimm doch Geist gegen Normal. Dürfte, glaube ich, gar nichts machen, oder? Also gar nichts gibt es ja, glaube ich, nicht in dem Spiel. Gar nichts gibt es nicht. Hier würde ich jetzt sogar eine Attacke mal, ein Schild machen, meine ich. Weil meine Ladeattacke ist gleich voll. Da könnte ich die Ladeattacke auf das letzte Pokémon, was er reinschickt, draufballern. Egal, was da kommt. Dann einfach ein Bäm. Los, Bäm. Dann ist er sogar der erste Sieg. Das heißt, ohne Sinn und Verstand haben wir es hier geschafft, einen Sieg zu holen. Unser drittes Pokémon kam nicht mal zum Einsatz. Wir haben noch ein Schild übrig gehabt. Joa, ist gar nicht so schlecht. Ohne Vorbereitung, ohne irgendwas. Ihr seht in der GBL. Ihr kommt auch weiter, wenn ihr einfach nur... So, wir gehen wieder drauf. Ah, das ist schon mal erstens eine andere Reihenfolge und ein anderes Pokémon ist drin. Denn Toggetik ist auf einmal am Start. Toggetik im Lied. Dafür ist der Ignivor. Der Igor ist ganz hinten. Beziehungsweise heißt er gerade Tote Oma. Wenn ihr das seht, heißt er bestimmt schon wieder anders. Also immer, wer mir gerade ein Ticket gekauft hat für irgendwas, der wird ja so benannt. Und es wechselt immer zu, weil es gerade zu Halloween Season so viele Tickets gab. Jetzt haben wir aber Toggetik. Toggetik, joa, kriegt viel mehr Schaden ab, als er austeilt. Wir haben Aeroas. Würde jemand mit Toggetik in der Superliga kämpfen und Aeroas verwenden, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist nicht sehr effektiv. Was können wir denn sonst noch machen? Gestein, gefühlt ist mein Kopf gerade leer, muss ich schon sagen. Also so wie immer. Steinhage, sehr effektiv. Wir waren Flug. Aber jetzt kann ich ja ausprobieren. Hatte hier Geisterattacken gegen Psycho. Was macht der? Rückwärtssaldos. Finster Aura haben wir auch noch am Start. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, dass hier das Traunfugil irgendwas macht. Zum Glück haben wir unser Schild noch aufgehoben. Er schildet nämlich, weil ich den so gut finde. Ich setze jetzt mal ein Schild ein. Obwohl, wenn ich so gut bin gegen ihn, kann er dann gut sein gegen mich? Wir wissen es nicht. Wir machen es trotzdem mal. Wir brauchen dieses Pokémon. Oh mein Gott. Gefühlt macht er plötzlich mehr Schaden. Egal was reinkommt. Hau einfach die finste Aura drauf. Und es brennt. Es ist ein Magma. Ein brennendes Magma schleicht sich hier in die Superliga. Und wehrt ab. Es wehrt ab. Es wehrt ab. Wir machen so gut wie keinen Schaden. Er kann aber sein Move aufladen. Ha. Da hat er aber wieder Glück gehabt. So. Kann er jetzt... Ah, wir sind Käfer. Wir sind Käfer gleichzeitig. Das heißt eigentlich, macht er was? Wir machen nichts. Ich muss abwehren. Ich muss meine Attacke nehmen. Er kann nicht mehr abwehren. Vielleicht knallt die Attacke rein. Aber es ist ja eine Feuerattacke. Er ist selber auch Feuer. Das würde jetzt nicht so krass sein. Aber ich glaube, sein Angriff wird geschwächt. Das habe ich schon mal erlebt. Und? Oh, nicht sehr effektiv. Aber? Aber? Mein Angriff ist zweiter Kampf geworden. Nein! Der hat noch einen! Ah! Austoss! Oh, da habe ich mich kurz zu früh gefreut. Schaffe ich noch eine Nitro-Ladung? Austoss? Ist das jetzt nur... Ah, der ist Eis und Wasser, oder? Wenn der nur Eis wäre, dann würde ich den einfach wegschmelzen. Es hat gereicht. Angriff ges... Perfekt. Ui! Kämpfe 17 Mal in der Go-Battle League. Man könnte ja schon fast denken, dass das GBL-Zocken Spaß macht, aber... Ja. Ach so. Zwei Kämpfe Superliga. Zwei Kämpfe Sonnenschein Cup. Flunschlik, Dode Oma und Libeldra. Gehen wir einfach mal rein. Den fünften Entscheidenden würde ich dann daran nehmen, wo ich mehr gewonnen habe. Also bis jetzt wäre es die Superliga. Weil ich da bis jetzt zwei von zwei gewonnen habe. Gucken wir mal hier rein. Libeldra, Reptain, Inkrypto. Fehler... Fehler 6 ist aufgetreten. Gehen wir nochmal rein. Jetzt haben wir Libeldra, Flunschlik und Tode Oma. Ist das nicht dasselbe wie eben? Nur die Reihenfolge hat sich kurz gedreht. Zählt das jetzt als Kampf dazu? Zählt das nicht als Kampf dazu? Habe ich jetzt dadurch einen weniger? Wird er einfach übersprungen und hat nie stattgefunden? Warum sucht es den Gegner plötzlich so lang? Fehler bei der Spielersuche? Hm. Was? Spielersuche wird abgebrochen? Okay. Ja, dann lass mich doch raus, oder nicht? Da starten wir mal die App neu. Das ist richtig cool. Jetzt weiß ich, was das Silvio letztens geschrieben hat. Wo er meinte, ja, tolles Feature. Da muss ich extra mal zu dir fahren. Ich habe hier niemanden. Drecks Game. Und sollten Sie lieber mal die verschmierte GBL hinbiegen? Ich kann dich voll und ganz verstehen. Deswegen drehe ich jetzt erstmal hier diese zwei orangenen Stops. Die machen mir nämlich richtig gute Laune. Dann sehe ich, dass hier schon wieder Redhahn sitzt. Ich glaube, bei Redhahn brauche ich noch Bonbons. Weil ich den Pokedex-Eintrag von Arbok noch nicht habe. So, dann nehmen wir den kurz mit. Wieder war ich drin. Das sieht man übrigens da ran. Sieht, seht, saht. Jetzt ist es drin. Weil bei der 43er Levelaufgabe steht auch noch was. Ach, wisst ihr was? Weil die GBL gerade noch repariert wird, können wir ja schnell die Sachen, die hier sitzen, wegfangen. Ungefähr so. Bla, 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 bla. Ach, ist das voll entspannt. Wenn du keine Ziele hast im Leben, dann kannst du auch einfach mal so tun. Zwei von fünf passt. Wir gehen also wieder rein in den Sonnenschein. Und dann gab Grüße an Smaugo, der gerade sein Ding gemacht hat. Kampf beginnt gegen Boyken. Boyken 9-1-1. Los, Igor! Gegen Kommandutan. Ist normal. Normal und Psycho. Wir sind auf jeden Fall sehr effektiv. Ich weiß nicht, was für eine Attacke ich habe, aber wir sind sehr effektiv. Warum ist das Ding nicht Pflanze? Es hat auch ein Stück Unkraut in der Hand. Und also, das hätte auf jeden Fall gepasst. Wir schmieren jetzt hier unten rum. Digga, du musst wechseln. Wechsel raus. Geh auf. Weiß ich nicht, Digga, aber geh raus und wechsel auf. Ich glaube, wir lassen uns mal sterben. Wenn ich jetzt... Ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe, der ist eh gut und macht noch mehr bei mir. Und das bringt mir nichts. Und deswegen lassen wir das sein. Und jetzt nehmen wir mal die Welt rein. Mit Brandsand. Brandsand. Das führt dem Gegner Verbrennungen zu. Und schmiert ihm Sand in die Augen. Wurde abgewehrt. Sein Angriff sinkt. Was hatten wir eben gemacht? Ich setze mal ein Schild ein. Ich möchte den noch ein bisschen behalten, wenigstens. Psychokinese. Bist du jetzt tot, dass ich auf den Nachfolger von dir den Brandsand werfen kann? Ja. Du hast da jetzt eh nichts mehr. Schnurgarst. Wir sind Boden. Schnurgarst ist doch auch normal, oder nicht? Ich... Äh... Brandsand. Das sieht gut aus, eigentlich. Und wir können noch einen draufzimmern. Mach mal hinterher. Gibt es noch einen Brandsand. Mit meinen roten Glubschaugen. Das ist übrigens emoykal. Habe ich mir an den Kopf ran geklebt. Sollen Augen sein, ne? Und... Flunschlik. Guck mal, wir sind sehr effektiv. Nehmen noch ein Schild, damit wir einen Brandsand auf das Flunschlik werfen können. Ladungsstoß. Brandsand. Irgendwie muss ich immer so an Sandra denken, wenn ich Brandsand höre. So, das tun wir jetzt hier so. Wusch. Sehr mit einmal weg. Genial. Drittes Match. Dritter Kampf. Ohne Team erstellen. Ohne zweite Ladeattacke. Ohne Sofortattacke. Ohne alles. Also... Ja. Guck mal, ist sogar dasselbe Team. Empfohlen. Ja, da gehen wir halt damit einfach wieder rein. Mit dem Fohlen. Momentan habe ich halt ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, ich würde den letzten, den dritten Kampf auch im Sonnencup machen. Wenn da das LiBeldra dabei ist. Das schmeckt mir gerade sehr gut. Rosarade. Oh, Pflanze, Boden, aber Flug. Ah, Brandsand. Wir müssen gucken, was Brandsand jetzt macht. Kennt ihr das, wenn ihr lange nicht GBL gespielt habt und einfach alles vergesst? Und dann bei jedem Pokémon wieder in eurem Rumrätseln seid und einfach nur denkt, yeah, there it is. Und dabei ist es gar nicht. Den möchte ich jetzt aber behalten. Wieso habe ich nicht einfach hier wie Ignivor reingeholt? Hol mal Ignivor rein. Komm, du bist doch Feuer. Scheint es auch eine Feuerattacke zu haben. Der zündet nämlich gerade gut beim Gegner. Strauchler. Strauchler. Nee. Mach mal Nitro-Ladung. Jetzt holt er auch Feuer rein. Und noch ein Geist dazu. Lass mich wenigstens eine Nitro-Ladung durchziehen. Geist und Feuer. Geist und Feuer. Er wehrt ab. Angriff steigt. Ich bin tot. Wer geht rein? Aber wir können eigentlich nicht. Wir müssen hier mit. Komm, wir machen. Wir können ja nicht mit Stahl rein, wenn der Feuer hat. Die Brandsand ist mal weg. Gucken, was das ausmacht. Sehr effektiv. Genial. So, jetzt ist Rosarade drin. Er hat aufgegeben. Ist das ein Fuchs? Der hat gesehen, er hat keine Chance gegen den Meister. Oh yeah. Jetzt mal einölen. Von oben bis unten. Ja, war ich jetzt zweimal Superliga und zweimal Sonnenschein Cup, würde ich nochmal Sonnenschein Cup machen, weil das ist gerade... Hadi Schatz. Hadi Schatz ist übrigens auch da. Kann ich zum Abschluss nochmal zeigen, wenn er dann immer noch da ist. Wenn wir noch ein Highlight in diesem Video haben. Kokowei. Jetzt habe ich aber Feuer gegen Pflanze, oder? Und Psycho müsste er noch haben. Ne, Drache. Ach, was weiß ich. Ich bin auf jeden Fall sehr effektiv. Er ist aber auch sehr effektiv. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da würde ich jetzt auch nicht... Wollnuna. 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 Hat er jetzt gewechselt, ja? Hat er extra gewechselt mit der wenig Energie, die er noch hat. Machen wir mal eine Nitro-Ladung drauf. Ist er jetzt stark gegen uns? Kriege ich noch eine Nitro-Ladung weg? Genau. Oh, Igni-War wird geopfert. Geht hier raus. Ist der Boss... Der Boss-MC... Ähm... Muss ich hier... Muss ich Günther nehmen? Weil... Ist ja wieder Feuer. Kannst du ja nicht auf dein normales... Auf dein... Auf dein Stahl-Pokémon draufschmeißen lassen. Sollte ich mir jetzt die... Moves aufheben. Angriff sinkt stark. Wir haben einmal Brandsand am Start. Können wir nochmal Brandsand... Brandsand an den Start nehmen. Obwohl es eigentlich auch Quatsch ist. Ich... Ich nehme den zweiten jetzt auch nochmal mit. Habe jetzt zwei Schilder weg. Müsste aber zwei Moves voll haben. Wenn das so funktioniert... Ist der jetzt hoffentlich weg. Wir machen hier direkt Brandsand. Egal was reinkommt. Das war glaube ich eh nicht das Alola Kokowai. Zwei Brandsender. Könnten vielleicht ausreichen. Oh, es war in Damia Blacks. Und es ist direkt gestorben. Und der zweite Brandsand auf das Alola Kokowai. Und dann ist das hier eine ganz besondere Folge. Denn ich habe nichts erwartet. Und habe alle fünf Kämpfe, die ich gemacht habe, gewonnen. Und das komplett ohne Vorbereitung. Das finde ich schon stark. Das finde ich schon... Dein Itembeutel ist... Free to Play, Bruder. Free to Play. Das schmeißt man jetzt weg. Das kann nicht eingesetzt werden. Ja, schön. Warte. Lass mich mal kurz in meinen Itembeutel. Da braucht man nichts. Das können wir wegschmeißen. Hier braucht man nichts. Können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Theoretisch können wir... Eigentlich die Top-Drenge können wir alle wegschmeißen. Die Bären. Da schmeißen wir die Bären halt auch alle weg. So. Wir haben immer noch keinen Platz. Wir müssen noch Bälle wegwerfen. Ich brauche wieder eine Item-Erweiterung. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Was ist hier drin? Ein Cessurio. Cessurio. Neuer Pokédex-Eintrag. Nehmen wir auch mit. Wir gucken mal, ob er drin bleibt. Eins. Zwei. Drei. Boom. Das heißt, Level 44 könnt ihr gefühlt in... einer halben Stunde machen oder so. Wenn ihr die Erfahrungspunkte habt, könnt ihr einfach den Rest boosten. Das... Joa... Macht man nichts mit. Kann ich wegschmeißen. So. Gehst du raus. Gehst du rein. Bleibst du drin. Hast du Rang 7. Jetzt brauche ich es nicht mehr anrühren. Jetzt kann ich mit Rang 7 in die Weltgeschichte eingehen. Und hier möchte ich doch jetzt mal den Bildschirm sehen. Fürs Level ab. Level 44 Aufstieg. Wow. Und jetzt guckt euch die Statistiken gleich an. Die kommen. Wieder ein Raid-Pass. Ich kriege so... Ich kriege jedes Mal einen Raid-Pass. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Irgendwann mal eine Raid-Tour, wenn ich genügend Raid-Pässe gesammelt habe. Gehen wir also hier drauf. Haben 292 gefangene Pokémon. 209 besuchte Poké-Stops. Und einen gewonnenen Raid. Das ist eine heftige Statistik, oder? Jetzt können wir hier auch nochmal drehen. Hier können wir auch nochmal drehen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Level-Aufgaben für Level 45. Da steht nämlich drin, besiege 100 Team-Go-Rocket-Rübel. Erlöse 100 Krypto-Pokémon. Besiege einen Team-Go-Rocket-Boss 50 Mal. Ah! Ah! Ja, das ist eklig. Und das dauert jetzt wieder. Aber wenigstens sind wir erst mal 44. Zum Glück kommt bald die große Team-Go-Rocket-Übernahme, nämlich im zweiten Teil vom Halloween-Event. Bei mir ist heute Freitag. Gestern hat der erste Teil vom Halloween-Event angefangen. In der Woche kommt der zweite Teil vom Halloween-Event mit Rocket-Übernahme, wo sowieso überall vermehrt Rübel rumsitzen. Da kann man das bestimmt gut nutzen. Da was mitnehmen. Das dürfte dann passen. Wir fangen jetzt mal noch alles weg, was hier sitzt für die Level 43-Aufgabe. Ich glaube, bei Level 45 gab es nämlich dann auch eine wieder dazu. Sollen wir mal gucken, wie wir das mit der machen. Dass wir die irgendwann wegkriegen, vollkriegen, wie auch immer. Da sitzt ein Magna Yen. Oh, komm. Come on. Würden sie es sagen. Warum das immer da unten so blöd rummacht? Ich verstehe es nicht. Sind meine Finger wirklich so dick, dass es da so rummacht oder wie? Ich werfe doch schon wie ein normaler Mensch. Aber nein, es macht einfach irgendwas. Ja, bleib drin. Du auch. Und hier und da. Komm, bist du ja hier. Was willst du da auf Fabelhaft gehen? Wenn es doch eh so drin bleibt. Da brauchst du auch gar nichts mehr machen. Alles ist drin. Perfekt. Geht noch ein Raid auf? Ne, geht nicht. Dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Level 45 incoming. Irgendwann mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.